Ich habe mir vorgenommen, als Politiker klare und ehrliche Antworten zu geben. Die Menschen und das Politsprech so satt. Ich würde Sie eine Frage stellen. Sind Sie jetzt wirklich bereit, sich von Ihrer Burschenschaft zu distanzieren? Und ich würde Sie dringlich bieten, da einmal auch etwas klarzustellen. Sie sind heute derartig verzweifelt und deprimiert. Als ich Sie gesehen habe, vor sechs Wochen waren Sie noch ein fröhlicher Mensch. Und heute sind Sie derartig verpissen. Und jetzt nennen Sie mich Ihre. Herr Doktor, Sie sind heute so böse. Ich weiß nicht warum. Ich habe Ihnen nichts getan. Das ist das richtige Spiel. Das ist das richtige Spiel. Sie müssen nicht so nervös sein. Heute haben Sie zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. Ich traue mich immer. Ein bisschen weniger aggressiv. Ein bisschen weniger aggressiv. Das Nachplappern ist auch interessant. Das können Sie auch gut. Gut. Wir halten fest. Also bitte. Wir halten fest. Aber ruhig bleiben. Ich halte Sie für eine Marionette von Strache und Kickel. Und das nächste ist dann Bundes... Ich kenne niemanden, der eine Diskussion anzetteln möchte wegen eines Anschlusses an Österreich oder einer Rückführung sozusagen nach Österreich. den Südtirol... Anschluss ist kein schönes Wort. Wegen Südtirol... Wirklich. Südtirol fährt... Herr Hagen-Schönerhofer, darf ich Ihnen eine wirkliche Frage stellen? Sie sind ja ein Waffenpass-Besitzer. Ihr Team hat schon wieder was vorbereitet für Sie. Nein, überhaupt nicht. Bitte lesen Sie runter. Lässt Sie es vor. Lässt Sie es vor. Vom April... Als stellvertretender... Ich kenne das schon. Ja, das haben Sie mir schon alles vorgelesen. Aber bitte noch einmal. Das war im Format, wo Sie gesagt haben, ich habe das für sehr interessant gefunden. Wer hat Ihnen gratuliert zum Sieg am 24. April? Welche Ministerpräsidenten waren das? Außer Herrn Orban vielleicht? Schauen Sie mal. Das war Le Pen. Nein, das ist jemand, der Sie unterstützt. Ich habe Sie was gefragt, Herr Hofer. Ihr seid nicht so aggressiv. Ich habe Sie was gefragt. Beruhigen Sie sich. Ich habe Sie gesagt, 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 ich